Schönen guten Morgen, neuen guten Morgen, neuen guten Glück. Wir starten heute in Amaro und wollen den Hausberg machen. Jetzt schauen wir wie weit wir kommen. Und erst oben schauen wir überhaupt ob wir sagen, dass wir weiterkommen. Von Schnee her schaut die Südseiten echt krass gut aus. Geht bis da knapp 1800 hoch. Ja, gestern war es ja mit Schnee gar nicht so einfach teilweise, oder? Nein, eben, weil echt viel war das. Also von dem her, es war nicht viel Schnee mehr, aber es waren halt die Schäden, haben wir gesehen und die Folgeschäden. Ja, genau. Und der Monte Amariana, wie er heute heißt, wo wir rauf wollen, das war die Flanken. Wir packen jetzt einfach einmal an. Schauen wir uns das ganz schön wie das geht, wie es uns tut. Und ja, super Tag heute wieder. Klappen wir auch voll gut. Und los ist jetzt da unten ja gar nichts. Also von dem her, eine coole Sache. Packen wir uns auf. Direkt vom Dorf Amaro geht's rauf. Einfach klar rauf. Ja, Sieg-Uhrglocken. Super. Wow, die alte Brücke. Wahnsinn. Schaut gerade richtig cool aus. Und wie massiv stabil, oder? Ja, ja. Echt eine mega coole Strasse. Die Pflanzenberg biecht. Ja. Bis jetzt war der Schatten ehrlich gesagt noch fein. Ja, das ist so massiv, oder? Wahnsinn. Da steht alles nur. Cool. Schön. Der GoPro ganz klar, leider nur. Aber dieses Bauwerk, also die Brücke ist wirklich extrem massiv. Also das schaut wahnsinnig aus. Und vor allem die ganze Straße da rauf. Es ist doch spektakulär raufgebaut. Wahnsinn. Und moderate Steigung. Also wir sind mal gespannt, wie es jetzt da noch weitergeht. Auf jeden Fall ist mir gar nicht so gedacht, dass das so gut ist, weil es ich nur von der Karte nachgeplant habe. Aber wirklich sehr eindrucksvoll. Also wir schalten es eh dann immer wieder ein bei der Auffahrt. Das ist wirklich ein Wahnsinn. So, jetzt sind wir auf der Brücke. Da sind wir auf der Maus und den Sack gekauft. Wow. Und siehst du was? Nein, das sieht auch nicht. Aber es ist zusammengebrochen. Von den Pionieren her würde man es immer sehen. Das einmal machen. Wer das gebaut hat, das wäre ein Jahreszahl. Aber das ist jetzt leider abgebrochen. Ich schenke meinen Kopf über. Da unten ist die Schüttel. Aber es ist wie gesagt leider zusammengebrochen. Aber wir haben einen Ausblick. Auf Monte Festa. Und San Simeone. Echt sehr sehr cool. Und da geht es weiter. Geil ist geil. Ja. Es ist echt wahnsinnig steil. Aber es geht super. Ja. Es ist so gut bei der Strasse. Und sehr episch. Die Mauern. Ja. So hoch. Man kann ungefähr Zeichen, glaube ich, wie hoch die Mauern sind. Macht für Ewigkeit. So mit den gewonnenen Höhenmetern. Gewinnt man an Sicht. Und da unten ist ein Maro. Hinten ein Taglemento. Links die Feller. Dann geht es euch nach Wenzone. Ist wirklich richtig richtig gut da. Die Aussicht. Und wir sind jetzt gespannt. Wie wir es noch haben. Es ist brutal warm. Also richtig warm da oben. Wir schwitzen auch. Also das ist richtig. Gut einmal. Soll der Mai sein. Ich meine, der Dauerwinter hat ja auch einen Tag mal. Ich hoffe, ich habe genug Wasser mit. Aber oben ist ein bisschen Schnee. Ich hoffe, ein bisschen was kommt. Und ja. Schauen wir, wie es so weitergeht. Ja. Ja. Von da sind wir gekommen. Und da stehen wir auch. Wärts zum Schultern? Ja. Ist aber aufgegangen. Echt gut gegangen. Da geht jetzt der Trail weiter. Oder besser gesagt, die Straße hört auf. Und da mögen wir tragen. Und euch von mir dann da und hinten euch. Also sollten wir jetzt aus irgendeinem Grund nicht aufgekommen oder irgendwas. Dann haben wir ab jetzt immer Trail. Das ist ganz praktisch. Jetzt sind wir mit dem Schnee, wenn es geht. Wie gesagt, das einzige Problem mit dem Wasser. Ich habe es echt nicht gemeint. Weil es war unten recht viel. Und gestern auch. Ich habe eher gemeint, dass die Bacher gehen von der Schneeschmelze. Ja, so wie unten sind sie ja fast wie die Straße drüber gegangen. Aber ich dachte, das passt überhaupt kein Thema. Ja. Jetzt schauen wir uns auf. Vielleicht haben wir das Glück, dass noch etwas da gelangen. Ja. Ja. Auf jeden Fall schüttern wir es jetzt auf. Ungeschrieben ist ja mit 2,5 Stunden der Kollege. Ja. Stimmt. Ja. 4,14er. Und wenn wir drei einrechnen ungefähr. War es gut, oder? Super. Gut. So schaut es bei uns jetzt aus. Hammer Aussicht haben wir jetzt schon. Der Weg geht richtig geil ab. Die schwenken wir kurz. Und da seht ihr den Weg. Und so geht er da weiter. Echt knifflig. Ist schön dabei. Ja. Und teilweise geht es dann wieder echt extrem gut. Und so schaut es jetzt aus. So schaut es jetzt aus. Einfach nur viel geiler. Und jetzt sieht man schon richtig gut. Ja. Aber fängt noch einmal aus. Da merkt man erst einmal wie breit das Element ist. Ja. Da sieht man es. Da sieht man es. Da sieht man es. Ja. Da sieht man es. Okay. Also da merkt man es. Extrem. So. Und so schaut es jetzt aus. Drehlich Bombe. Wow. Zeig ich euch mal kurz. So schaut es aus. Also wer braucht man immer dazu so. Schön, oder? Schön. Es ist einfach so unbeschreiblich. Wenn man unten steht. Da merkt man einfach irgendwie, dass irgendwer weg rauf geht. Und wenn ich jetzt das zeige. Wie der Weg kann da ausschauen. Hammer. Ja. Es ist einfach saugeil. Aber wenn wir jetzt belehrt waren, dass oben ein Klettersteig herrscht. Genau. Ja. Also ganz oben. Man liegt aufs Vorderradl. Blickrichtung in den Klettersteig. Und schauen, dass die Reihen nicht blockieren. Genau. Das ist im Klettersteig zu beachten. Ja gut. Also da geht es jetzt echt super gut rauf. Es ist sogar Gras. Also nie im Leben gemacht. Und wunder, wunderschön. Ja und kein Schnee. Weil es ist eigentlich der Höher. Interpeg Valresia so viel Schnee höher. Wo wir ursprünglich her wollen. Wo ich her wollte. Und deswegen sind wir heute hier aufgegangen. Und haben Alternative gemacht. Weil wir fahren morgen nach Cividale de Friuli. Und wenn man da Valresia sieht. Das ist abnormal. Und da sind wir doch schon 16, 17 hundert. Ja. Haben die Leute nicht Schneefreie bis jetzt. Das ist eine Katastrophe verstärkt. Sehr sehr gut. Alright sagen die Leute. Kein Gipfel. Mitten im Hang. Ja. Der Gipfel wäre eigentlich da oben. Aber da fängt dann ein Klettersteig an. Das heißt, wie gesagt, ohne Bike machbar. Jedoch haben wir alles Schnee drinnen. Und die haben uns das schon gesagt. Die haben auch umgedreht. Nur fast mit Steigeis. Jetzt siehst du, was da rein gewartet hat. Aussicht war sicher geil. Ja, die war sicher geil. Wir wollten das noch im Herbst machen. Hätte ich mir gedacht. Im Sommer geht das gar nicht. Das ist einfach viel zu heiß. Und da dann wirklich rauf gehen, wenn das weg ist. Weil das bringt sich da nichts. Aussicht ist da Richtung Süden. Jetzt schon einmal die richtige Wucht. Man sieht euch eigentlich bis aufs Meer. Die wahnsinnig. Und da ein paar Climento. Feller. Carvazose. Montefestern. San Simeone. Malgongorinos. Nach Menzone. Kuren anfahren. Also wirklich schön. Bis es wird Segnis. Und dann in die Dolomiten schreiche. Der Trail ist sehr vielversprechend. Ein paar Stellen drin waren ein bisschen tricky. Dann werden wir schauen, wie es nicht da geht. Und sehr empfehlenswert. Würde auf jeden Fall wieder machen. Machen wir auf jeden Fall wieder. Das ist eine geile Tour. Ähm. Wasser wollen wir mitnehmen. Was lacht jetzt? Hä? So. Vicky lacht schön. Habt ihr da mehr gesehen wie ich? Nein. Aber vielleicht haben sie manche gedacht. Ist jetzt Anerstauschlag. Okay. Viktoria Anerstaus. Schreibt es in die Kommentare. Back in black. Als kurzes. Als kurzes. Schwarz ist immerhin. Ja. Spaß beiseite. Mich hat es irgendwie schon reizen. Weil es macht relativ wenig Sinn. Wenn ich mit dem normalen Bike schaue. Ich habe mal dumm krebs. Weil da seht ihr überall die Schneefelder noch. Ja. Ist wie es ist. Es gibt schlimm was. Und schlucken. Mit vollem Mund ist schlucken wir nicht. Heute gibt es noch mal. Die Vicky hat es schlucken müssen. Kamelettes Nussbrot. Mit Käse. Nach dem schlucken. Und Frust. Wie immer. Lasst es sich aushalten. Volle Feinde. Voll. Wir haben ein bisschen Platz hier gemacht. Jetzt sehen wir hucken da locker und schucken da. Geile Aussicht. Wie immer. Ah. Genießen sie jetzt. Nein. Nein I'm dónde. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Fie atentos, tschau! Tschau!